So, hallo und herzlich willkommen Freunde der Nacht zu einem kleinen Guide. Ich wollte euch einmal zeigen, wo ihr die versteckten Kisten hier in Mayville finden könnt, damit ihr euch die Arbeit nicht machen müsst. Ich bin der Theo da, wenn euch der Channel gefällt, abonniert ihn, lasst einen Daumen hoch da. Und wir sehen hier auf jeden Fall schon die erste Truhe. Ich glaube mit dem Charakter habe ich die auch noch nicht gelootet, also direkt hier an dem Rückrufstein. Könnt ihr euch direkt gönnen. So, die erste Kiste. Dann hier drüben ist auch direkt die zweite Kiste. Da. Wer da hinläuft. So. Dann haben wir da hinten die dritte Kiste. Wenn wir da hochlaufen, die Treppe. Und dann rechts rum gehen. So, da lang. Hier einmal rum. Hier haben wir die dritte Kiste. So, die... Ah, 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 ah. Die vierte Kiste. Die war hier ganz weit an der Seite im Westen. So, und zwar hier einmal die Treppe hoch. Links halten. Und dann ist da die vierte Kiste. So, und jetzt kommt noch die fünfte. Die ist vor den Toren der Stadt. Da müssen wir einmal rauslaufen. Da müssen wir einmal ganz nach Osten. Und dann... Ich könnte auch einfach reiten, ne? Geht's ein bisschen flotter. Aber wenn ich nicht so doof zum Reiten wäre. So. Reiten wir einmal zum Ausgang. Und da ist dann die fünfte. Boah, ist hier was los heute? Allerdings hier war ja doch da was. Hier runter. Und hier in der Ecke ist die fünfte Kiste. So. Genau. Meines Wissens nach müsste es das jetzt gewesen sein. Hier auf A... Ne, Abenteuer ist das gar nicht verwandert. Errungenschaften. Wo waren hier die Kisten? Charakterwachstum. Wo waren die Kisten? Dungeon? Produs? Äh. Wo waren denn die Kisten? Verdorri nochmal. Irgendwo hier waren die Kisten. So. Gewöhnliche Nahrunggilde. Ich darf versteckte Kiste. Sechs Stück haben wir gefunden. Mavel, 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 Mavel. Da haben wir noch irgendwas in woanders gefunden. Legendärer Kistenjäger. Schließe alle versteckte Kistenerrungenschaften von Rack Ferrand und Randailo und Lenut ab. Ach, die haben wir noch nicht. Geheimnisse von Rack Ferrand. Okay, da können wir auf jeden Fall versteckte Kisten in Melville. Entdecke alle fünf versteckten Kisten von Melville. Warum haben wir das denn noch nicht gekriegt jetzt? Wir haben noch fünf. Eins, zwei, drei. Äh? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warum hat der den denn noch nicht hier gemacht? Verstehe ich nicht. Nehmen wir hier auch Geschenke? Ach, guck mal. Ach, wir müssen hier wahrscheinlich die Geschenke abgeben. Die Errungenschaften. Und dann, genau, dann sagt der, yo, du hast alle Kisten in Mavel. Dann kriegen wir die nächste Errungenschaft. Was gibt's da? Legendärer Kistenjäger sind wir noch nicht. Dann müssen wir noch mehr Kisten finden. So, ich hoffe, der kleine Guide hat euch schon mal geholfen. Braucht ihr da schon mal nicht suchen. Könnt das einfach abklappern. Und, ähm, ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wie gesagt, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und, ähm, dann sind wir... Was ist denn hier los? Warum steht denn hier N-It? Und zwar ein kleiner Bug wahrscheinlich. Ähm, und dann, ja, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Der Theo da. Ciao, ciao. Ciao.